hallo seekräuter hallo wohnzimmerkapitäne schön dass ihr wieder mit dabei seid bei der ausgabe der flaschenpost hier diesmal geht es ums forschungsbüro dieses event wird mit dem update 087 auf den live server dauerhaft integriert werden und ja worum geht es dabei ihr dürft forschungsbäume die ihr vorher bis t10 gelevelt habt wieder zurücksetzen als option natürlich ist ja alles freiwillig ihr müsst da nicht mitmachen und bekommt dafür forschungspunkte um dafür qualifiziert zu sein müsst ihr mindestens fünf t10 schiffe erforscht haben nicht gekauft aber zumindestens erforscht und dann seid ihr qualifiziert und ihr bekommt einmalig ein bonus von 10.000 forschungspunkten ja zur verfügung gestellt ziel des forschungsbüros ist es euch als spieler stärker zu motivieren wieder mit allen anderen stufen als nur t10 t9 unterwegs zu sein und dafür eben boni zu kassieren denn wenn man das mehrfach macht und die zwei geresettet gibt halt interessante geschenke oder bonis in dem spiel aber der reihe nach wie sieht es dann jetzt in game aus ich habe das vorbereitet ich bin hier auf dem test server und ja ihr klickt einfach oben auf den forschungsbaum auf dem dann ja für euch live server und landet dann in dieser übersicht hier gibt es dann jetzt auch eine nette neue optik mit der flagge der nation an der seite für die ihr da unterwegs seid oder wo ihr euch für interessiert zurückzusetzen und so weiter jetzt sind wir hier in dem amerikanischen baum gelandet und ihr seht sofort hier unten sind diese gelben vierecke die auf der spitze stehen dazu die neuen symbole für die forschungspunkte und dann könnte man oder kann man hier raufklicken und dann wird folgendes passieren die us-schlachtschiffe werden zurückgesetzt und zwar seht ihr dann jetzt hier aufgelistet alle schiffe die zurückgesetzt werden und wo ihr dann landet also bis zurück zur eri ja alle forschungspunkte die auf den schiffen verteilt habt die irgendwie übrig geblieben sind oder wollt ihr teilweise schiffe noch aufgehoben habt oder die so toll fallen wie auch immer die landen sofort wieder auf dem t1 schiff des baums also dann der eri die sind nicht weg alle verbesserungen landen im inventar sind also auch nicht weg die werden kostenlos ausgebaut und der kapitän den ihr erforscht habt und möglicherweise auf 19 hochgebracht habt und so weiter der geht in die reserve und behält seine skillung also auch die spezialisierung alles bleibt gleich das einzige was ihr verliert sind kredit punkte ihr seht ich habe nur ganz bestimmte schiffe gekauft mit dem rest da hatte ich irgendwie bonis durch irgendwelche weihnachtsaktionen und so weiter konnte ich früher einsteigen ihr bekommt immer nur das geld für die schiffe zurück die ihr tatsächlich selber gekauft habt ja wenn ihr also irgendwo mitten im baum eingestiegen seid dann bekommt ihr dafür natürlich die credits nicht wieder gutgeschrieben und das nächste was auffällt ist es sind keine 100 prozent credits mehr die ihr zurückbekommt sondern ihr bekommt nur noch 50 prozent der credits die ihr in diese schiffe investiert habt zurück hier montana 10,4 millionen die kostet eben 20,8 wenn ihr sie kauft ja also das ist dann das was ihr tatsächlich verliert muss man ganz ehrlich sagen alles andere behaltet ihr und kann wird euch auch nicht genommen werden und ihr könnt es halt auch wiederverwenden wenn ihr mit den schiffen unterwegs seid und dann auf der rechten seite seht ihr wie viele forschungspunkte ihr bekommt lasst euch jetzt nicht von den zahlen irritieren ich gehe gleich darauf ein was ihr für forschungspunkte bekommt ihr könnt mit einem reset wenn ihr schlachtschiffe kreuzer oder zerstörer resettet 10.000 punkte holen ich zeige euch gleich die verteilung bei flugzeugträger werden es 8.000 punkte sein das hier sind testserver forschungspunkte die haben sie extra ein bisschen niedriger macht damit man das hier schnell vernünftig testen kann so und wenn wir dann auf weiter klicken dann wird uns hier dann noch mal ganz konkret angezeigt noch mal bestätigen ja möchte ich und dann seht ihr das hat einen kleinen moment dauert dann wird alles verkauft ihr kriegt die credits gut geschrieben kommen unten die anzeigen was ihr alles gut geschrieben bekommt und sofort erscheinen dann hier diese kleinen gelben zeichen das heißt jedes mal wenn ihr mit wenn ihr dieses schiff erforscht habt und das ersten den ersten sieg mit diesem schiff holt bekommt ihr dann eben diese forschungspunkte da stehen jetzt 60 in auf dem live service dann 500 sein gut geschrieben ihr könnt diese gefechte fahren in allen möglichen bereichen außer in clan wars und den übungsgefechten alle anderen gefechte sind dafür prädestiniert sobald ihr gewinnt bekommt ihr die forschungspunkte eben gut geschrieben hier können wir uns noch mal die übersicht angucken wie ich eben schon gesagt habe 10.000 punkte schlachtschiffe kreuzer zerstörer mit dem ersten sieg auf t6 gibt es 500 punkte mit dem zweiten noch mal 500 mit t8 t9 mit dem jeweils ersten sieg 1500 und bei dem t10 schrift der erste sieg gibt 6000 in summe dann 10.000 bei flugzeugträger ist jetzt sehr ähnlich 6 gibt 500 t8 gibt noch mal 1500 und t10 gibt dann eben 6000 in summe dann 8.000 hier sind die lücken natürlich frei weil es auf der tierstufe 9 und 7 aktuell keine flugzeugträger im spiel gibt was könnt ihr jetzt dafür bekommen das schauen wir uns hier einmal an wenn ihr genug punkte zusammen habt also wenn ihr punkte sammelt dann nehmt ihr die einfach mit und ihr seht dann hier in game und zwar in der waffenkammer da können wir gerade mal kurz hinspringen dann seht ihr oben diese währung hier sind diese vierecke wieder ja und dann gibt es einen separaten reiter hier auf der linken seite der nennt sich forschungsbüro und da habt ihr eine komplette übersicht was im forschungsbüro möglich ist wird auch hier wieder es ist work in progress was ihr hier seht also das hier ist work in progress das forschungsbüro weil ich euch erkläre das wird so kommen aber die bonis hier ihr werdet da keine italienischen kreuzer drin finden nachher auf dem live server wird es die call bear geben es wird ein paket geben um free xp umzutauschen wird flaggen pakete geben die ihr nutzen können und später kommt in diese schiff hier noch dazu das ist dann nämlich die ohio das sind die ersten sachen die ihr für diese punkte nutzen können wie sagt die werden ganz normal als währung hier in der waffenkammer eben angezeigt hier gibt es noch mal die übersicht an sich schreiben sie hat auch die ohio wird später dazu kommen also hier alles mögliche an flaggen und auch die unterschiedlichen preise also immer 10er pakete ist so ähnlich wie das was jetzt mit kohle oder credits schon zu bekommen ist dann wird das habe ich euch jetzt fast unterschlagen es wird saison geben und eine saison dauert drei monate fängt dann mit dem update 087 an die erste saison und wenn ihr in einer saison einen baum resettet ja bekommt ihr einen bonus und zwar ein verdoppelungs bonus ich zeige es euch hier noch mal seht ihr hier bei dem viereck dann zweimal steht dahinter ich habe es auf dem test schon ausprobiert deswegen stand es bei mir dann nicht mehr am ende bekommt ihr die doppelten punkte ihr kapitel rekapitulieren noch mal wenn ihr fünf t10 schiffe habt dann seid ihr dafür freigeschaltet und bekommt 10.000 punkte als boni wenn ihr dann einen baum resettet und den wieder komplett bis auf t10 hochfahrt bekommt ihr für das erste mal doppelte punkte das heißt nicht 10.000 sondern 20.000 habt ihr also schon mal 30.000 punkte dann in der tasche angenommen ihr habt sehr viel free xp und könnt euch dadurch arbeiten durch grinden relativ zügig weil ihr immer nur den ersten sieg mit nehmt und so weiter seid ihr schnell relativ schnell bei 30.000 punkte wie gesagt für ein schiff wenn mindestens 57.000 benötigt was die ohio kosten wird an forschungspunkten ist bis jetzt nicht bekannt machen wir kurz noch mal weiter vom tag der veröffentlichtes updates 087 bis zum 30 august gibt es bonis auf dem server ihr bekommt 100 prozent ep für den ersten sieg des tages on top dann gibt es auf den liegeplätze im hafen 50 prozent rabatt auf die verbesserung die ja kostenlos ausgebaut werden die könntet ihr dann trotz alledem ja wieder nachkaufen mit 50 prozent rabatt und die permanenten tarnungen auf den schiffen der tierstufe 8 und 9 werden um 25 prozent reduziert das heißt nicht 4000 dublonen sondern dann werden sie im 3000 kosten außerdem wird es kampfaufträge geben ja die sind zu erfüllen in unternehmenszufall gewertet und koop gefechten mit den schiffen der tierstufe 6 bis 9 und da könnt ihr euch dann noch mal signale verdienen ökonomische oder speziale signale also also in den ganzen geschichten und noch netter hinweis die gewerteten sprints kommen wieder mit update 088 und da sind ja dann auch tierstufe 7 und 8 schiffe erwünscht und vielleicht könnt ihr das dann ja ganz gut und geschickt kombiniert nutzen ja das ist alles was man zu dem forschungszentrum jetzt aktuell sagen kann hier seht ihr noch mal eine kurze übersicht zu den combat mission also wenn ihr diesen end screen nach dem gefecht seht dann wird halt hier auch immer noch mal ein haken herangesetzt wenn ihr diese forschungspunkte dann ja erfüllt habt sozusagen ja viel mehr kann ich von meiner seite dazu nicht mehr sagen ich hoffe etwa anschaulich genug dass ihr nachvollziehen könnt wie das jetzt in zukunft laufen wird wenn dem so ist würde ich mich sehr über den daumen nach oben freuen über ein abo wenn ihr uns noch nicht abonniert haben solltet empfehlt uns gerne weiter das hilft mir immer das bedeutet mir ganz besonders viel wenn das jemand tut und ja dann sage ich danke für eure zeit und wir sehen uns im nächsten video oder livestream hier auf unserem youtube kanal bis dahin euer secret team euer andy ciao ciao